Not 6, Thomas Duchel geht nach Bayern Münchens aus gegen Manchester City auf den Schiedsrichter los Bayerns Träne war nach dem aus gegen Man City überhaupt nicht gut auf Klima Terpen zu sprechen Was ist passiert? Thomas Duchel hat sich nach dem 1 zu 1 des FC Bayern gegen Manchester City und dem damit verbundenen Viertelfinal aus in der Champions League über Schiedsrichter Clément Terpen, Frankreich, erchauffiert Was wurde gesagt? Wir hatten sie wieder am Haken Noch mehr, als wir sie schon in Manchester hatten Aber wir haben in 180 Minuten wirklich gar nichts bekommen als Verstärkung und Mutmacher, um es nochmal umzudrehen Wir hatten kein Matchglück Deshalb bin ich sehr zufrieden, wie wir das heute gespielt haben, sagte Duchel nach dem 1 zu 1 bei Dason und leitete seine Kritik am Schiedsrichtergespann ein Zwei konnten das Niveau nicht halten, und das waren Platz und Schiedsrichter Ansonsten war es top, als Moderatorin Laura von Tora ankündigte, jetzt über die Schiedsrichterleistung sprechen zu wollen Grätscht Duchel umgehend dazwischen, lieber nicht Not 6 Duchel weiter, wir kommen mit einem 0 zu 3 hier an Wir brauchen auf jeden Fall diese kleinen Entscheidungen Es beginnt doch nach 4, 5 Minuten Wir haben einen Stockfehler von King, King Sikoman Anmerkung dann gibt es ein Foul Redaktion, in der Abwehr D Und anstatt, dass wir einen Freistoß und eine gelbe Karte kriegen, kriegen wir ein Abseits und die kriegen den Ball Dann gab es ein taktisches Foul und alle sagen zu uns, es gibt gleich gelb Verpufft, und es passiert nichts Wir haben ein Foul an Jamal Musiala 17 Meter vor dem Tor und nichts passiert Also bitte Natürlich brauchen wir solche Situationen, wenn wir drei Tore schießen wollen Natürlich brauchen wir einen abgefälschten Freistoß oder einen in den Winkel Was ist der Hintergrund? Dabei ging Tore noch nicht einmal auf die größeren Situationen ein Denn Terpen hatte mit gleich mehreren Entscheidungen für Unruhe gesorgt Die für Aufsehen gesorgt hatten Unter anderem waren die beiden Handelfmeter strittig Erst hatte da Y-OT ab A-M-E-Kane einen Schuss an den Arm bekommen Die Richtung des Balls aber nicht entscheidend verändert Dann schoss Sadio Mane Citys Verteidiger Manuel Akanji aus kürzester Distanz an den Unterarm Außerdem zeigte der Franzose in der ersten Hälfte ab A-M-E-Kane die rote Karte wegen einer Notbremse Revidierte seine Entscheidung aber erst Minuten später, weil ihn der Videoschiedsrichter auf eine Abseitsstellung aufmerksam gemacht hatte Darüber hinaus stellte Clement Huchel kurz vor Schluss noch vom Platz, nachdem er ihm wegen wiederholten Meckerns die gelbe-rote Karte gezeigt hatte Co-Trainer Jolt Löw sei sogar glattrot Noch während des Spiels hatten sich unter anderem die ehemaligen Bayern-Profis Mats Hummels Mario Götze und Jerome Butteng in den sozialen Medien kritisch über den Unparteiischen geäußert